Seemorde, bitte. Danke! Was ist die Stunde, was in der Luft fliegt? Mehr Seemorde! Hey! Hey! Weiter! Und damit würde ich auch sagen, verliere und jetzt kommt zu einer weiteren Folge Subnautica mit mir, Felix, der seine Seemorde gerne schrottet. So, die parken wir jetzt immer da unten wieder. Und die ganzen Module sind auch weg. Tieftauchmodul und so ein ganzer... Oh nee! Wir haben auch keinen Frachtraum und so'n Scheiß. Och nö! Ich habe gerade gespeichert. Das heißt, ich kann noch nicht neu laden. Kacke! Äh... Moment, da gucken wir mal bei der Modifizierungsstation, ob wir da vielleicht was hinkriegen. Zudem würde ich diese Folge ganz gerne mal... ähm... ...diese Rakete angehen. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Hier! Da! Zack! Äh... Schubkanone. Modifizierungsmodule. Ja, wo gibt's denn die Module hier für das Dingens? Gibt's die hier einfach so oder wie? Geräte? Geräte? Raubtier-Täuschkörper. Also sowas hätte ich mal gebrauchen können gerade. Irgendwie... da? Nö. Warte, wir können die selber herstellen? Okay, interessant. Kompass haben wir, das brauchen wir alles nicht. Hier, was ist das denn? Auftriebskörper. Notfallauftriebskörper, ein chemischer Reaktion. Bla. Hm. Lichtstab. Bestandteil unbekannt. Okay, Schubkanone. Lalalalala. Was haben wir hier? Fahrtfinderwerkzeug. Ist auch uninteressant, was ist das hier? Taschenlampe. Das wär interessant. Wobei, warum eigentlich auch nicht? Ehrlich sind, brauchen wir das nicht. Essen ist uns vollkommen egal. Elektronik? Nee. Hier, was ist das denn? Benzol. Brauchen wir garantiert für dieses Teil dann da. Für dieses Klo. Und was haben wir hier? Chlorbleiche. Ja, kriegen wir auch hin. Gut, können wir also nicht machen, die Module nochmal bauen. Ist ne Kacke, ey. Jetzt tiltet mich das noch mehr. Das ist jetzt gerade mal 20 Minuten her, dass dieses Ding kaputt gegangen ist. Ich hab jetzt einfach nur... Guck mal wegpacken wieder. Die Bestandteile für das Teil, die aus unserem Sortiment gesammelt. Und das war's. Dann braucht man kein Blei dafür. Vielleicht in die andere Kiste, du Vollidiot. Das war die richtige. Die braucht man scheinbar auch nicht. Naja. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal, wie gesagt, die Rakete an. Wo wollen wir überhaupt hinbauen? Können wir direkt hier in die Mitte stellen, theoretisch. Oder wir wollen die da oben rauf. Das fiel, glaub ich, ganz cool, da oben hinzustellen. Oder geht es nur um Land. Ich fang hier an zu Berlin an. Jetzt kann ich dringend damit aufhören. Ich fiel mich nur an wie Stefan Raab oder wie der hieß. So, was brauchen wir? Titanenbarren, Computer und viermal Blei. Titanenbarren zweimal, Computerchip und viermal Blei. Das kriegen wir hin. Wobei Titanenbarren zweimal? Weiß ich nicht. Ob wir das sofort hinkriegen. Das war aber eher nicht. Ich glaube, da müssen wir nochmal sammeln gehen. Das würde ich dann auch schnell einfach machen. Titanenbarren, viermal Blei und Computer. Titanen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Willst du mich verarschen? Ich sehe mir denn jetzt einen Titanen. Ich könnte den Müll ja immer abbauen. Kacke. Okay, können wir wenigstens schonmal einen Titanenbarren bauen, dann haben wir es aus dem Inventar. Der Erzählstück braucht der aber auch. Hätten wir diesen einen Titanen letzte Folge nicht rausgeschmissen, hätten wir es jetzt. Computerchip können wir schonmal bauen. Dafür brauchen wir diese komischen. Das hier. Genau. Wie viel war das? War es nur einmal oder zweimal? Computerchip? Wir brauchen natürlich zweimal Gold und Kupfadrat. Kupfadrat haben wir auch. Komm mal aus hier. Kupfadrat haben wir auch. Und Gold haben wir ebenso. Gott sei Dank immer auf Vorrat. Uns fehlt eine Tischkorade. Sollte es noch anders sein. Aber dann können wir gleich auf dem Weg... ... den wir bleiben mitnehmen. Ne. Auf dem Weg gleich nochmal hier die Dinger sammeln. Was fehlt hier gerade? Deswegen fahre ich jetzt nochmal los. Ach wegen einmal Titanen. Genau. Und... Was war das andere? Ach ja, Tischkorallen. Zurück bin ich so krass und hab mir das Rezept gemerkt. Blub blub blub. Blub blub blub. Guck mal. Die Karte jetzt weg hier. Die stört auch. Mach ich weg die Karte. So und jetzt in dritter Modus. Genau. Dankeschön. Hier sind immer irgendwelche Schrottteile rum. Weil hier schwimmen immer so viele Pirscher. Wie jetzt nicht. Da ist ein Pirscher. Kommt. Du hast doch gerade irgendwo Schrott fallen lassen, oder? Ne. Ja, Metallschrott ist wirklich das einzige was wirklich gut nachspawnt. Einmal weil man so viel Titan braucht. Boah. Wäre ich aufgeschmissen, wenn man einen Titanen immer abbauen müsste. Das geht ja mit Kine ja gar nicht. Ja, ja. Ich habe euch ja gehört. Na, guck mal das Goldleben auch. Nehmen was wir gerade verloren haben. Badenlein und Silber. Geht mal weg hier bitte. Ich will hier lang schwimmen. Nehmen wir auch mal mit dem Pirscherzahn. Hier habt ihr mal gesehen wie so ein Teil aussieht. Eigentlich nicht, weil da sieht man es besser. Äh, weil es im Gras lag. Äh, hier gibt es kein Titan. Achtung. Es geht nicht. Wir haben hier wenigstens ordentlich viele. Davon können wir auch gleich mehrere machen. Das nehmen wir auch gleich mehrere. Nur drei Stücke. Dann haben wir. Da haben wir. Dann haben wir die 2, die wir brauchen. Und 2 auf Vorrat. Wie viel Platz haben wir noch? Und nehmen wir nochmal 2 mit. Ey. dann fehlt noch einmal titan verdammt war hinten die kiste hast du titan für mich? ey titan hätt ich gerne 4 4 oh ne gerade realisiert was das für ein Teil ist der Tür dass irgendein Fläufer irgendein Schwefel oder? und ich noch mal nehmen wir lieber mit haben wir irgendwann mal fallen gelassen und haben wir in Ruhr uah wie gewischt ich glaube die werden noch mal ein bisschen mehr Schwefel mit nur genug tei alter die Fieler übertreibs doch dass so keine eilige Kriegsflotte ist hinter mir her ja 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 immer ist irgendwas ich will doch jetzt einfach nur titan finden von die leute von die so schwer sein hier irgendwo mal titan fallen zu lassen für mich wir könnten zur not im Scannerraum nochmal gucken ob wir da irgendwie titan scannen können also also fragteile scannen dann einfach hab ich jetzt mal fallen gelassen warum haben wir noch genug Platz also 4 Slots brauchen wir easy aber hier muss doch eigentlich titan rumschwimmen tut es immer wenn wir die titan brauchen wir schon hier hin und da liegt dann wieder 10.000 stück das sieht cool aus ich könnte die mitnehmen theoretisch oder sind das einfach ne oh 3 sekunden oder ne hm in unserer Motte muss ich vergessen hab rauszunehmen hallo metallschrott ich klure dir ist da was zum scannen drin da ist da was zum scannen drin oder scannen ne ach guck mal das kann ja jetzt nicht sein dass wir uns hier wegen einmal titan hapert oder da da ist noch immer pro titan drin ja wenn ich kupfer will kommt titan immer wenn ich titan brauche kommt kupfer ey das ist doch immer so ich war doch irgendwo noch so ein schiff frack habe ich zwischendurch mal erkundet gehabt wir müssen die gegend mehr versehentlich als gewollt weil ich mich verlaufen hatte deswegen finde ich jetzt noch nichts mehr wieder hallo kann ich mal irgendwo metallschrott rumliegen meine das ist jetzt nun wirklich nicht so selten eigentlich hallo hallo da ist das teil und hier liegt mit der schrott wow wie viele plätze haben wir noch im inventar noch genau vier ne genau zwei wow aber dann können wir da dritte mal kurz reingehen und irgendwas scannen wo war das wo war das da liegt noch mehr das können wir das gerne einfach bioreaktor fragt mein dankeschön zwei titan und nach hause jetzt aber schnell hoch dich hoch dich oh gott doch sollten wir eigentlich hinkriegen müssen wir mal ganz schnell den barren bauen wenn wir wieder platzen im inventar bekommen ja 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 und was habt ihr so besser so gemacht schön geböllert klar ich habe es nicht gemacht ich habe meinen hund aufgepasst weil der fürchtet sich vor dem böller vor dem geknall da draußen hat richtig gezittert und gehechelt vor panik immer super zu mit silvester och ne komm willst du mich jetzt verarschen ich kann auch einfach mittel aufs mausrad drücken und dann sind die dinge ewig krass große base und ich finde die sieht doch echt schön aus also base bauen kann ich ja zack und die zahlen waren bitte mit dem chip können wir auch gleich machen dann können wir schnell ein paar buletten würde ich gerade sagen melonen holen buletten würde ich jetzt auch auch nehmen mit dem chip rein danke dann fehlt nur noch viermal blei und davon wären mehr als guck lecker lecker und köstlich ich habe hier genau so viel platz das passt da stopfen wir dann wieder rein bbappbappbappbapp und schlitzen ups hier stehen wir auf dem teil drauf und schlitzen ach ja guck mal unsere schuhe sehen jetzt anders aus also unsere stundenflossen blöcker hier und runter und viermal blei holen und dann gehts los Ohne neue Batterie. Können wir auch gleich mal mitnehmen. Ah, hier ist sogar ein noch drin. Danke. Mal hier, mal wechseln. Ich drücke jetzt 100% in die falsche Richtung. Ja, na klar. Es ist immer so. Ich drehe da nicht einmal in die richtige Richtung. Was mache ich hier? Ach ja, Titan herstellen. Yay. Dann ziehen wir die ganze Sache hier nochmal ein. Dann haben wir wieder Platz im Inventar. Dann kommt dahin, dann kommt dahin, dann kommt dahin, dann kommt dahin. Wo haben wir Chemie? Da war Chemie. Da kommt dann mit der Schwefel rein. Der Schwefel, die Schwefel, der Schwefel. Er, sie, es Schwefel. Wir, er, sie Schwefel. Ich schwafel schon wieder. Dann kommen die Pirscherzellen. Deswegen musste ich übrigens die natürlichen Ressourcen ein bisschen trennen. Da habt ihr den Grund. Äh, und Blei. Blei war da. Eins, zwei, drei, vier. Ich hoffe, meine Morse hat nicht gesponnen und ich habe nur dreimal mitgenommen. So, dann bauen wir die mal. Wenn jetzt ein Leerter so zurückgeht, gibt es dann schneller. Weil ich schwimme immer mit dem Teil hier hoch. Nein! Oh, ich wollte sie denn da nicht einpacken. Raus damit. Irgendwie cool, die Maschine. Also, wirklich cool. So, jetzt aber, hier. Äh, mein Spiel ist gerade... Okay. Das ist leicht groß. Kann ich das dann einsammeln oder sinkt das jetzt einfach auf dem Grund des Meeres? Oder schwimmen sie es einfach oben? Das schwimmt oben, oder? Aber guck mal, da haben wir hier so eine Leitern. Äh, wie cool ist das denn? Nicht schlecht, Herr Specht. Das ist von unten aus. Passt das hier hin? Ja, klar. Abbauen will ich das Ding eh nicht mehr. Ja, okay, was jetzt? Voll cool. Ich habe einfach so ein schwimmendes Teil hier. Ah, und damit bauen wir jetzt die anderen Sachen hier. Versorgungsturm. Oh Gott, was braucht man? Konstruieren. Oder gibt es da mehrere? Ne, jetzt nimmt man einen Versorgungsturm. Okay, das heißt, wir brauchen jetzt wieder Plastalbarren, Kupferdraht und Schmierstoff. Plastal, Kupferdraht, Schmierstoff. Kriege ich hin. Kann ich mir merken. Hoffe ich zumindest. Plastal. Was war Plastal nochmal? War Titanbarren? Hashtag Yay. Äh, und... Aeroge oder irgendwie sowas, ne? Komisch schon hier. Plastalbarren. Ne, Lithium einfach nur. Okay, das ist easy. Ah, Lithium haben wir nur noch einmal. Ich weiß, wo wir Lithium herkriegen. Moin. Titan brauchen wir auch nochmal. Und Lithium, wie gesagt. Lithium, okay, wir gehen gleich mal besorgen. Rainer. Rainer will rein da. All systems online. Ja, das ist ja auch herstellen können. Oder hätte ich die vorher scannen müssen und dann hätte ich die bauen können. Weil das wäre dann nämlich fail, weil das habe ich nämlich nicht gemacht. Und wenn es die nur einmal auf der Karte gibt, dann ist es sowieso fail. Jetzt holen wir uns einmal Lithium. Gehen wir aus, da... Aus dem Weg, geh zur Seite. Boah, tschüss, aber, Digamuruk. Ich fahr zuerst hier. Oh, Lithium war doch hier on mass. Sag mal, sag mal, geht's noch? Also, ich will nicht einfach volle Kanne gegen meine Motte schwimmen. Also, wirklich, manche Leute, ne? Ach, ja, wir kommen jetzt hier nicht mehr rein. Und wir haben keine Batterie, oder? Doch, haben wir. Schwimmen wir nämlich alleine einfach weiter, weil hier unten ist ja Gott sei Dank. Ich hatte viel Böses. Komm, wir nehmen hier. Titan. Obwohl, ist ja jetzt sowieso okay. Weil Titan brauchen wir ja. Sag mal hier. Lithium, sehr schön. Tauch-Dock-Fragment? Das ist ein Tauch- Tauch-Dock? Ach so. Das Ding. Das Trockendock. Äh, doch. Trockendock. Auch gleich mal mit hier, weil wir was können. Wir müssen nur merken, dass wir irgendwann zu unserer Motos zurückkehren müssen. Das nehmen wir aber mit. Das ist gerade hier. Dann nehmen wir es mit. Das nehme ich sowieso mit. Das ist gar keine Frage. Das nehmen wir noch mit. Dann muss auch noch mehr von dem Zeug zu nehmen. Das ist der letzte. So, und jetzt nur noch Lithium. Dankeschön. Was haben wir hier? Mit Titanen habe ich hier schon mal was gescannt, oder wie? Wurde einfach Titanen rausgeworfen. Das geht natürlich auch. Hier könnte auch Lithium drin sein. Aber Gold war es. Guck mal hier. Gold. Ich habe ja auf alle Fälle schon mal abgehört. Warum wurde es plötzlich hell? Ach, hier sind wir jetzt. Lol. Oder? Ist es das? Wollen wir hier schon mal? Sieht sehr danach aus, als ob wir hier schon mal waren. Ah ja, wenn ich mal drüber lassen. Dann Lithium. Ist doch schon mal gut hier. Oh, oh. Was ist das denn? Oh, war es nicht gescannt. Ach, nur Energiezellen. Aber immerhin kriegen wir so unser Zeug dann. Oh. Und noch einer. Oh. Oh, wir müssen mal langsam denken, wie jetzt da unten zu schwimmen. Jumann, nehme ich an. Da steckt Gönnung. Gold. Hm, brauchen wir momentan eher nicht. Da prinzipiell darfst du nur Gold oder Silber dran. Aber erstmal zurück zur Motte. Dann tauchen wir einfach weiter. Die ist halt einfach nix, Gott sei Dank. Die nehmen wir auch nochmal mit. Weil die einfach gerade da sind. Daraus können wir dann das Aero-G, weil wir das Ding heißen, machen. Guck mal, das ist Lithium. Sehr schön, danke. Rubin nehme ich auch mit. Ähm. Okay. Okay. Wird also richtig spa- Boah. Mega barunkelt gerade. Sorry dafür. Und immer komisch, dass ich diese Frame-Einbrüche habe. Diese kleinen. Wenn ich hier einsteige. Alles klar, wegen der Wasseroberfläche und so weiter. Und das Tischkorall? Das normale, oder? Tischkorall. Tatsache, hier wachsen Tischkorallen. Was ist das denn? Lithium direkt wieder. Schön, nehme ich mit. Den Mann nehme ich auch mit. Wie viele Plätze haben wir noch? Zwei Stück. Nehmen wir einmal den jungen Mann hier mit. Und den hier. Und dann untersuchen wir das da mal. Nochmal. Hä? Da stand doch an weitere Untersuchungen erforderlich, um die reingesoppt werden. Äh, ich weiß. Mag diese Biom, muss ich sagen. Irgendwie hat die was. Also hier gibt es einfach so schön, leicht, richtig gute Ressourcen. Und wieder zurück. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich die Motte mitgenommen habe. Und ich einfach so hergeschoben bin, damit ich hier einfach mal sauerstoffdach kann. Keiner zum Teil. Ach, guck mal, jetzt wird das Teile auch angegeben. Cool. Vielleicht schaffen wir es ja diese Ressourcen. Ne, wahrscheinlich nicht. Man muss da wahrscheinlich nicht richtig lange für fahren. Also schätze ich mal, wenn man sofort mit der Rakete wegfliegen könnte, wäre ja irgendwie so einfach, oder? Habe ich ein ganz komisches Gefühl für die Größe unserer Motte? Oder ist es einfach, weil hier andauernd irgendwelche Alpha-Wände sind, die hier eigentlich gar nicht treffen sollten? Wenn wir drüber aufschwimmen. Mal gucken, jetzt? Ne. Na, jetzt wird die Motte auf alle Fälle gleich mal reparieren, dann. Danke, danke. So, machen wir das nochmal. Los, dann schön. Dann Plastalbarren wollten wir herstellen. Einen, glaube ich, brauchen wir dafür, aber nur. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich werde trotzdem, wenn möglich, zwei herstellen. So. Nein, wach! Da kann ich keinen von denen herstellen. Ich habe nur sieben. Okay, dann sortieren wir erstmal um. Material. Habe ich irgendwas Fertiges schon? Ne. Doch. Das Glas. Gold brauchen wir erstmal auch nicht. Genau, so wie das nicht und das brauchen wir auch erstmal nicht. Das hier kommt die Diamanten. Äh, damit die Diamanten aber auch da reingepackt, ne. Die Schkläner Schlawiner. Dann kommen wir hier rein. So, damit ist die Kiste auch voll. Äh, dann können wir hier den Titan rausnehmen. Und das Titan. Und das Titan. Wir vergessen mal, wir brauchen Schmierstoff, glaube ich, noch. So war das. Schmierstoff brauchen wir und irgendwas anderes auch noch. Wir können aber kurz mal nachgucken, weil es müsste ja eigentlich hier aufgelistet sein, bei Baupläne. Da war das doch hier unten irgendwo, hier haben wir es. Kupferdraht und Schmierstoff, alles klar. Kupferdraht haben wir da, ob wir noch einen übrig? Ja, und Schmierstoff haben wir auch noch einen übrig. Sehr gut. Dann können wir natürliche Materialien hier noch mal reinpacken. Machen wir es so. Äh, ja. Dann stimmen wir einfach mal nach oben, bauen das Teil, droppen den Pilz hier nochmal schnell unterwegs. Können wir ja leider nicht in der Base machen. Nein! Und dann nicht dich! Oh, wie die absaust. Ja, hier. Das Ding sieht richtig cool aus, muss man sagen. Darum müssen wir da noch einen Kernreaktor oder irgendwie sowas bauen, für die Energie dann. So. Konstruieren! Cool, der Sound dabei. Der wird jetzt aber leicht in die Richtung, da kippen wir, oder? Also die Plattform. Gucken wir uns das Teil mal an. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Muss ich da hochklettern? Scheiße, bitte nicht, doch scheinbar schon. Sehr schön. Aufzug rufen. Ähm, boah. Ich würde ja sowas von keinem Vertrauen in diesen Aufzug haben, wenn ich wüsste, ich hätte ihn selber gebaut. Aufzug rufen. Ach, hier gehe ich dann letztendlich rein, ne? Boah, ist das cool. Wenn ich jetzt hier runterspringe, lande ich ja noch ein Button, eh. Wenn der auf mir landet, was ist ja dann? Fragen über Fragen. Eine dämlicher als die andere. Eine immer mit meinem Versagen zu tun hat. Was haben wir hier? Okay. Dafür brauchen wir Plastal, Nickel-Erz. Ich habe keine Ahnung, wer wir Nickel-Erz kriegen. Und Kabelsatz. Google ich gleich mal. Woher wir Nickel bekommen. Haben wir Nickel schon irgendwo... Ne, Nickel haben wir noch nicht gefunden, oder? Aerogel und Kabelsatz. Plastal, Aerogel, Kabelsatz. Das kriegen wir hin. Plastal, Aerogel, zweimal und Kabelsatz. Dann würde ich gleich nochmal schnell auf dem Handy Google, oder ich tappe einfach raus und google. Weil vielleicht kurz ein Katz reinmachen, damit ich weiß, wo wir Nickel herkriegen. Kann sein, dass wir es auch gar nicht bekommen. Äh, weil wir dafür noch Sachen brauchen. Aerogel, dafür brauchen wir wieder Titan. Wir haben zwei. Aerogel kriegen wir hin. Dafür haben wir nämlich extra diese Böppel gerade gesammelt. Ja. Und Rubine haben wir ja auch, Gott sei Dank. Dafür brauchen wir jedes nur eine. Ja, perfekt. Kabelsatz braucht man dann noch. Kabelsatz braucht man, glaube ich, einmal nur zweimal... ...zweimal Silber, ne? Ja. Ja, das ist der erste Klasse. Zack, zack. Das wird schön. Und dann würde ich auch das Titan einfach schnell offscreen sammeln und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, da bin ich jetzt wieder und ich habe ein bisschen Titan gefarmt. Warte, ich zeig's euch. Ich sortier's da nämlich gleich mal ein. Hier, ich hab schon mal gleich zwei von den Dingern hier hergestellt. Aber die brauchen wir nämlich jetzt erstmal nicht mehr. Weil wir müssen erst richtig scheiße tief auf 600 Meter runtertauchen. Für ein komisches Biom, dessen Name ich vergessen habe. Ähm, und da gibt's das Nickel. Wir müssen erstmal die Zyklop dafür bauen. Ja. Das heißt, wir nehmen uns in die Motte und schwimmen wieder in Richtung Dingern, damit wir die Zyklop mal bauen können. Endlich mal. Weiß mal, essen wir noch was. Oder schwimmen wir vielleicht einfach so rum. Ohne. Dingern. Können wir nämlich auch machen. Wir müssen einfach so rumschwimmen. Einfach ein paar Batterien mitnehmen. Bei weitem nicht so schnell, aber wir sind schneller, äh, nicht schneller, aber kleiner und wendiger. Und ich hoffe, wir überleben dann auch. Oh, jetzt bin ich scheiße gebaut. Danke. Und wir können hoffentlich auch den Angropfen von diesen fetten Viechern dann ausweichen. Weil wir als wendiger sind. Kleiner. Und so nun planen wir einfach nochmal neu. Erz, äh, gleich kommt da rein. Und Lithium kommt da rein. Und dann würde ich sagen, machen wir uns sofort auf den Weg. Typisch Koralle. Kommt da rein. Ja, aber es ist noch Platz. Sehr schön. Medikit behalten wir. Ist immer gut da zu haben. Und dann würde ich sagen, nehmen wir uns ein paar Batterien mit. Ja. Die werden wir wahrscheinlich brauchen. Nehmen wir uns Wasser mit. Werden wir wahrscheinlich auch brauchen. Hier ist ein starkes Wasser. Und dann machen wir hier die Reihe voll. Dann haben wir vier Wasser dabei. Erstens ist es voll. Und dann würde ich sagen, machen wir uns direkt auf den Weg dahin. Beste Erfahrung haben wir jetzt mit dem vorderen Teil gemacht. Äh, dem hinteren Teil der Aurora. Können wir also direkt einfach mal hinschwimmen. Dass hier so wenig unterwegs ist. Ja, da müssen wir hin. Und dann würde ich sagen, schwimmen wir auch direkt hin. Ich speichere schnell. Ja, und dann werde ich erst speichern, wenn wir wieder zurück sind. Hoffe ich. Weil wenn wir zwischendurch sterben, ich habe keinen Bock, alles nochmal neu zu bauen. Wirklich nicht. Ich habe mich gerade geguckt, aber es da rumpelt, aber draußen sind einfach nur die Bahn vorbeigefahren. Jetzt könnten wir das Messer gebrauchen, was uns sofort Nahrung gibt. Also, wenn wir was abschlipsen mit dem Messer, sofort es, was uns gemacht wird. Ja klar, jetzt liegen hier überall Metallschrott-Sachen rum. Ach komm. Kann man noch, kann man erzählen. Falls ich übrigens vergessen haben sollte, das Detail in der Mitte mit dem Recherchieren und so weiter, rauszuschneiden. Bitte seid nicht böse, weil ich nehme halt schon relativ weit im Vorhinein auf. Dann würde ich es dann einfach nur noch schneiden. Äh, also, was ist das Urteil? Okay, irgendwas scannbarer? Mal gucken, ob ich mal nach. Das hier ist... Nee. Nee, nee, nee. Auch nicht, auch nicht, auch nicht. Ehm. Nicht aufnehmen, aber aus. Was war das? WTF? Ähm, okay. Ah, und singen. Äh. Hätte ich mal lieber nichts gescannt. Wir schwimmen, schwimmen, schwimmen. Ja, schwimmen, schwimmen, schwimmen. Da war irgendwo so ein... Oh, oh man, was schon zerstört hat. Einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Woher kommt es, das findet ein Nemo, ne? Schwimmen, schwimmen, schwimmen. Was bist du? Moment, der mobilen Parkzeugschätzer brauchen wir auch nicht. Und ich höre ihn schon wie im Hintergrund. Die sind dreckig. Da muss ich mir merken, dass hier so viel Metallschraud rumliegt. Weil hier liegt viel Metallschraud rum. Wie das da liegen kann, ist... Wunder, aber ich lege ihn mit. Dunken, einfach mal mitnehmen. Abdanken, mitgenommen. Da liegt ja nix mehr, ne? Wahrscheinlich wirklich da, wo der rumschwimmt. Weil der stümpelt da wahrscheinlich nicht ohne Grund rum. Das Teil haben wir schon aufgemacht, ne? Hier liegt dann auch noch Titan rum. Was wir letztes Mal weggeworfen haben. Weil wir dachten, wir brauchen es nicht. Und wir tauchen. Oh. Wasser. Nehme ich mit. Da schwimmt er. Ich würde ihn so gerne töten. Einfach nur, weil er unsere Dinger zerstört hat. Unsere Motte. Alter, mach diese Karte weg, bitte. Danke. Problem ist, wir müssen ja auch gegebenenfalls dann wieder auftauchen. Würde ich vielleicht hier gleich nochmal machen? Eins wisst ihr hoffentlich. Ich kann auf jeden Fall nicht im Kampf die Batterie wechseln. Das wird von meinem Hirn einfach nicht funktionieren. Dann gehe ich dann nämlich in den Panik-Mode. Und dann ist sowieso over. Aha. Aha. Das ist jetzt der Teil, was fehlt. So, Maschinenraumfragment. Wie, gibt's da mehrere? Äh, ne, da gibt's auch mehrere. Na, komm, dann bauen wir hier nochmal eins. Das ist nachgespawnt. Maschinenraum fertig. Alles klar. Dann haben wir hier nochmal einen Maschinenraum. Kriegen wir dann Titan. Ja. Aber das ist gut zu wissen. Dass man einfach Sachen doppelt scannen muss und nicht noch was anderes brauchen. Maschinenraum haben wir. Bambu haben wir, glaube ich. Schönen wir nochmal hier ein bisschen rum. Und gucken. Lauten und gucken. Lauten und gucken. Gucken wir mal, glaub ich, was ist das da? Die Weiche haben wir schon mal. Wie läuft jetzt rot? Das fehlt mir nicht. Und da passt da eine Flasche Wasser. Also, wie soll man. Da liegt nochmal was rum. Was scannbar aus. Das sieht sehr scannbar aus. Maschinenraumfragment wieder. Detalschrott. Maschinenraumfragmente finden wir sehr viele hier. Aber leider nicht die, die wir brauchen, wirklich. Da sind wir halt hier. Deckfragment. Brückenfragment. Genau so heißt es da. New blueprint acquired. Ich sage mal, die Art und Fähre hier haben die echt gut hingekriegt. Würde ich gerne noch wissen. Sind wir jetzt fertig mit der Zyklop? Oder fehlen noch Rumpffragmente? Oder ist es okay, wenn man sagt, den Rumpf habe ich jetzt schon einmal gescannt? Das reicht mir. Oder brauchen wir da auch drei Teile? Nee, mein Freund, nee. Mich kriegst du nämlich nicht. Nee, 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 tust du nicht. Oder? Nee, tust du nicht. Da verpisst er sich nämlich, weil er gesehen hat, dass er nichts kann. Der weiß einfach, Felix ist zu krass. Da komme ich nicht hinterher. Kann ich nichts machen, außer in der Ecke stehen und schmolten. Und hier gehen wir jetzt mal atmen. Atmen finde ich immer schön. Macht auch viel Spaß, so persönlich, wenn ich nicht mehr so atmen, ne? So, und jetzt gehen wir mit dem Sprung hier raus. So, er klopft. So, dann gucken wir doch mal. Oder man sieht da hinten sogar unsere Station. Wie cool ist das denn? Baupläne. So, jetzt haben wir hier Neptun. Ach so, das ist das Haupttriebwerk. Okay, das kriegen wir nicht hin, weil wir keinen Nickel haben. Wir haben aber... Oh nein, den Rumpf. Zyklop einmal, Mann. Den Rumpf, nur dreimal Rumpf. Wo kriegen wir denn den Rumpf her? Und man, ich dachte, wir haben den Rumpf jetzt schon. Dann müssen wir da nochmal rein. Wir speichern die nochmal. Kacke. Müssen wir da nochmal rumtauchen. Ich freue mich. Einfach nur, weil wir Rumpfteile suchen. Rumpf, 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 rumpf. Ja, wenn nachts wird, ist sowieso. Ich könnte vergessen, taue hier nicht lang. Da waren wir noch nicht, da gucken wir nach. Rumpf, 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 rumpf. Toll, weil es jetzt auf dem Präventierteller hier. Ich scanne das einfach, nicht weil wir es brauchen. Geh kacken, Junge, geh kacken. Geh mal kacken. Easy gedotscht, Litter. Das meine ich. Der kann uns nix. Nix kannst du. Nicht zu laut sagen. Bin nicht gleich so unten. Mann, Junge, komm hierher, wann kannst du, oh Gott, ich... Boah. Hab mich selber weggedotscht. Oh, hier ist ein neues Bio. Sehr schön. Ha, hier kannst du nicht rein, oder? Oder? Weil wenn doch, hab ich Angst. Schlimmer, Medikit reinhauen. Medikit? Batterie. Ne, hätte ich mich nicht angucken sollen. Hätte einfach dotschen sollen. So wie ich es. So wie ich es damals gelernt habe. Da oben. Blubbert er rum. Gehen wir da runter. Und? Blubbert er mich nicht rum. Traum in die. Wenn da jetzt noch einer kommt, dann scheiße ich mich voll. Also wie viele Fragmente liegen denn hier bitte rum? Das ist doch langsam nur ein hohen. Ich will, ich will keine Maschinenteile. Ich will rumpf. Rumpf, 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 rumpf. Da ist schon wieder ein Deckfragment. Rumpf will ich haben. Einfach nur ein Rumpf. Noch ein Teil. Und hier ist sogar alles safe. Noch ein, noch ein Teil. Da hätte man das ja easy gefunden. Ich brauche eine Stelle, wo ich einen Rumpf herkriege. Na Leute. Ich bin wahrscheinlich schon das Thema über einen rübergeschwollen, weil ich dachte, das wäre Metallschrot. Gut. Gott wäre das wiesen. Rumpf, 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 rumpf. Ist kein Rumpf, ne? Eher bist du ein Rumpf? Nö, lustig wäre er nicht so ein Rumpffragment drin liegen würde. Was haben wir hier? Schubkanone, frage ich meinen, brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht, oh Gott, hier nach oben schwimmen, oh Alter, das macht mir jetzt aber wirklich Angst, rumf 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 rumf, denn es ist Sicherheit, aber scheiß auf Sicherheit, es wird Nacht, yay, aber hier ist ein Zombiom, Zombiom ist nett, Zombiom gefällt mir, aber hier werden wahrscheinlich keine, Fragmenten mehr rumliegen, oder? Passing 100 Meter, Oxygen-Effizienz decreased. Oh, kein Rumpf. Alter, wie viele Teile von denen sind ja schon hier rumschütteln. Oh, die leuchteten da, achso. Alles, nur, kein Rumpf. Nee, Mann, muss doch nicht. Ich würde sagen, ich verpieße mich jetzt einfach und suche den dann offscreen. Warte, doch, nee, ein bisschen zu lang. Metallschrott. Du bist kein Rumpf, du bist kein Rumpf, du bist kein Rumpf, da liegt kein Rumpf rum. Hier liegt nirgends Rumpf rum. Dann würde ich sagen, schwöre ich nach Hause. Nehme euch da lang noch mit. Da lang noch mit. So weit gehen noch mit. Und das ist die Nacht in dem Jungen und dem anderen Jungen so mega dunkel. Naja. Ähm. Wie geil sieht das denn bitte aus? Okay, das erkunde ich noch schnell. Okay, aber es sieht einfach nur geil aus. Scheinbar kann das sonst nicht mehr machen. Hier unten ist nur diese komische Pflanze. Gute Wiege. Da oben schwimmen die Griffrücken rum. Wo ist meine Base? Da ist meine Base. Wo ist meine Base? Da ist meine Base. B-b-b-b-b-b-b-b-b. Hier. Ja, er leckt mir. Genau, voll gemeint. Okay, das ist schon ein anderes Argument. Ist die Verarschung, siehst du? Das meine ich. Und ich hab schon wieder die Falschung gedreht. Das ist doch nicht wahr. Die Folge wird ein bisschen länger. Wir können ein bisschen überlänger haben. Aber ich bin einfach zu neunierig. Ich könnte es auch beenden. Mach es aber... Rumpf? Nein. Nein, BDL, bitte. Aha, okay. Später mal an. Was haben wir hier? Schubkanone. Haben wir das schon? Ich glaube, wir haben das schon, oder? Ja. Hatten wir schon. Batterie-Lade-Station haben wir auf jeden Fall. Hier haben wir nochmal irgendwas Kraftes. Was haben wir da? Rumpf? Inventar voll? Achso. Weil wir das schon hatten. Okay. Ich dachte gerade schon. Da haben wir noch eine Batterie. Wo ist denn die leere Batterie? Das ist ein Ticker, aber was. So, haben wir wieder Platz im Inventar. Die Batterie laufen bitte mit. Ey, nochmal. Hast du die Batterie da bitte mit? Sind die verarscht. Was haben wir da? Mobile Fahrzeugstattung. Hier haben wir Kommunikatoren. 1, 2. Also waren 3, aber 1, 2 gesagt. Mh, was haben wir hier? Nichts mehr, ne? Wow. Hallo. Ja komm, nehmen wir mal mit, weil das könnte. Machen wir voll hier. Der Klumpen da. Sonst ist hier nichts mehr, oder? Modifizierungsstation. Modifizierungsstation. Okay, hätten wir die Modifizierungsstation voll gekriegt. Müssen wir aber langsam raus, wegen Luft. Okay, mehr ist hier aber nicht. Kein Signal, aber Strom hat es. Und der aber keinen Leichen findet irgendwie die ganze Zeit. Wo lang müssen wir jetzt? Da lang. Ach man, fehlt uns nur noch der Bug. Aber immerhin. Oh, es ist auch positiv zu sehen. Es ist immerhin nur noch der Bug. Der ist noch ein bisschen fehlt. Und es wird der Tag. Komm, wir schwimmen wieder zurück. Nein, ich hab da Bock, wir haben uns jetzt auch noch die Folge von Dienstag denn hochladen. Die wird wahrscheinlich etwas später jetzt kommen. Weil ich halt jetzt erst hochlade dann gleich. Oder immer muss ich ja noch schneiden und rendern. Ich nehme mal in einem Stück auf. Wir haben es jetzt nicht viel Uhr. Also außen ist dunkel. Wahrscheinlich haben wir es vier, fünf und wieder was getreten. Ich habe nicht mehr Platz mehr auf der Platte. Wir sind schon bei 93 Prozent, bei zwei Terabyte. Da muss ich eine externe Festplatte kommen, um dann fertig Sachen drauf zu speichern. Und die halt vom Hauptrechner runter kommen. Ich würde gerade bei 30 Prozent. So von dem Speicher, was die Spiele und Programme so an sich brauchen. Aber der Rest wird es halt einfach vollgestopft mit irgendwelchen 4K-Systems. Das ist halt schon leicht groß. Ist der noch? Ist der auch noch? Ist der auch noch? Ja, ja, ja. So, dann würde ich sagen. Du warst so für diese Runde. Will uns aber erst mal wieder, wenn es heißt. Subnautica mit mir, Felix. Haut rein! Bis denn! Tschüüüü. Ich habe mich selber weggedodged.